Hi hallo und herzlich Willkommen zurück zu Grandia. Soundprobleme sind immer noch ein bisschen da, aber ich hoffe, dass man mich dafür jetzt besser versteht. Genau da wollte ich hin, da ist ein Item. Ich habe ein bisschen an meinen Einstellungen gearbeitet. Ein wenig hat sich was verbessert, aber nur sehr wenig, leider. Ich habe das gesehen, abbrechen, weil er weit genug vorne war. Ja, jetzt kann ich hier kurz schön Kombo ziehen. Das sollte ausreichen. Oh, ja. Leichter Kampf. Ja, das Geld nehmen wir natürlich. Danke dran. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Stopp. So, schauen wir doch direkt mal, was der kann. Dann kriege ich zu jetzt wohl einen Stopp. Und wir sehen uns weiter hoch. Hm. Bin jetzt gespannt, wie sich das auf den Kampf an sich auswirkt. Du bist, du bist, du bist dran. Du bist, du bist, du bist dran. Kommt nicht mehr zum Kämpfen. What a cinch! Ich bin schon wieder dran. Schön. Ich bin schon wieder dran. Schön. Wow, sie kann jetzt mehrere Gegner angreifen, wie geil ist das denn? Ich glaube, ich habe nie den Stab ausgerüstet bei ihr. Das ist gut zu wissen. Ja, tut mir leid, dass das jetzt so viele Kämpfe auf dem Weg sind, aber Erfahrungspunkte sind immer gut, ich möchte die mitnehmen. Das ist gut zu wissen. Ja, ähm, was ich noch sagen wollte, heute wird der letzte, die letzten zwei Parts, äh, werden die letzten zwei Parts, ähm, von Solile hochgeladen. Das heißt, ich habe schon einiges im, äh, im Vorfeld produziert von dem Spiel. Das Licht, das hat zwei Gründe. Zum einen, weil ich einfach dieses Spiel gerade total feiere und gar nicht aufhören kann zu spielen. Zum anderen allerdings auch. Ähm, weil... Ich noch ein anderes Spiel gerne diesen Monat aufnehmen möchte, das ist allerdings noch nicht draußen. Wenn ihr den Part seht, kann es sein, dass es schon angefangen hat. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm... Das sieht doch verdächtig aus, ne? Jetzt könnte man hier was abgreifen. Das ist nicht gesagt. Das ist ein Tier-Baddon. Ja, das wäre wichtig. whiskey, zuerst. Das ist nicht so schwierig. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig, wenn ich jeden Fall hätte eine Art von Feier-Golfzielle bringe ich auf her. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig. Schwerzstufe erhöht. Sehr schön. Ja, und das möchte ich auch gerne wirklich möglichst zeitnah auf meinem Kanal bringen. Und deswegen muss ich hier vorher was aufnehmen, damit ich mich dann dem Spiel auch widmen kann. Was willst du denn hier, Kollege? Ja, jetzt weise ich tot, bevor ihr irgendwas machen könnt. Ich hab's hier nicht auf warten. Ich habe eine … … … Was für ein Cinch! Ja! Neben! Haha, wollt mir anstürmen? Die Ratte. Ah ne, ist ja eine Zirkade. Ein Marnerkäfer. Ich komme nicht dazu in das hier. Tja, Su, du bist gerade ein bisschen nutzlos, um das mal so blöd zu sagen. Ich hoffe, dass das jetzt mit meiner Stimme auch besser ist. Ich habe hier, wie gesagt, ich habe hier rumgewerkelt. Ich habe versucht, es mit dem... Oh, hier sind wir wieder rum. Ich habe versucht, mit dem Playstation-Emulator... Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Ich rieche den mal ab. Dann benutze ich jetzt, wie gesagt, Voice-Meeter. Ähm, bislang bin ich echt begeistert davon, weil ein Nachteil hat das Samsung G-Track. Und zwar die von Windows, ja, integrierte, ähm, der integrierte Mikrofon Boost ist nicht verfügbar, weil das, ähm, sowohl ein Mikrofon ist, als auch wieder ein Wiedergabegerät, weil man da halt auch Mikrofon, äh, Kopfhörer und, ähm, ja, andere... ...Geräte so mit aufnehmen, anschließen kann. Aber genießen wir doch diese wundervolle Playstation-1-Grafik. Äh, 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 davon würde ich mir gerne ein Remake oder sowas wünschen von dem Spiel. Das Spiel selber macht unglaublich viel Spaß, bislang. Halt, wer da! Kinder haben hier nichts zu suchen. Haha, mal langsam. Schauen Sie sich das an. Eine Empfehlung schreibt von Kurator. Was? Tatsächlich? Was denkt sich der Kurator dabei, dass es solchen Kindern diesen Brief gibt? Es braucht nicht ihre Sorge sein. Lassen Sie uns einfach rein, ja? Dann... ...und gut, wir können rein. Raha! Tension! Soldiers fall in! Salute! Listen up! After traveling all the way from the new continent, we won't tolerate failure. Be sharp out there. Meet at the stage on Level 1. Call roll by Regiment as soon as you arrive ...and stand by for orders. Tension! Fall in! Right face! March! Double time! Stay, Saki. It was your troops who made a slay. Aren't you a little laxed on discipline? Don't give me that Nana. The last time they were late, I made them all give me three thousand squarks. Oh, Saki. You're such a muscle muscle freak. I'd make them go without rations for a hundred days. Oh, Mio, you're too kind. If it were me, I'd give him five thousand lashes. Then, I'd pickle him and pickle him in brine, and give him a hundred days in the bridge. Ha 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 ha! That would kill him! If Hare Mullen were to get wind of that, he'd have your head. No problem. I just swear him to secrecy, and Hare Mullen would never be the wiser. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Come on. We need to get going, too. Or we'll be late for the rendezvous. Ja, würde ich aber auch sagen, mit einem abhundert Peitschen liegen und einem Bart in Salzlake, ich glaube nicht, dass die wieder aufstehen würden. Hm, ich mag die drei nicht wirklich. Warum habe ich das Gefühl, dass wir die noch bekämpfen müssen? Aber erstmal sehen wir, ob hier noch irgendwo was drin liegt. Irgendetwas Item, das man so brauchen kann. Vielleicht ein neues Schwert. Ein neuer Bogen. Ein Raketenwerfer. Hey, puh. So sei doch still. Puff, puff. Was ist los, Puff? Puff, puff. Ah ja. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aber hier scheint wirklich nichts zu sein. Wir gehen mal runter und gucken uns mal die Mädels an. Aus der Nähe. Wieso sind hier Kinder? Wie kommt ihr in die Saltruine? Don't insult me. Sie an, sie an. Jürgen sind unter ihr, stimmt's? Ich kann sie sehen. Bringt uns hin. Sehr verdächtig. Wer seid ihr? Ich kenne keine Gnade bei Kids. Jetzt antwortet. Wir wollen die Ruinen besichtigen. Schaut, eine Empfehlungsschreibung. Schreiben vom Kurator des Bahnmuseums. Eine Empfehlungsschreibung. Das da? Hm. Ich denke, es sieht echt aus. Seht ihr? Wir sind überhaupt nicht verdächtig. Also, nehmt ihr uns mit nach unten? Nach unten? So, so. In Ordnung. Aber es zeigt mir zuerst dieses Empfehlungsschreiben. Empfehlungsschreiben übergeben. Oh, ratsch, 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 ratsch. Jesus. Oh nein. Bye, bye. Dämlich im Plunsen. Seht ihr? Weg ist das Empfehlungsschreiben. Jetzt seid ihr Dummköpfe. Jawohl. Illegale Eindringer, oder? Das ist korrekt. Wir müssen sie die Eindringer empfangen, foltern und hinrichten. Da ihr aber Kinder seid, sehen wir noch einmal davon ab. Verlass sofort die Salt-Wing. Kommt, wir gehen. Saki, Mio. Lasst uns keine Zeit mehr mit diesen Kids verschwinden. So etwas Niederprächtiges. Für wen halten die sich eigentlich? Geht immer aufsai, Justin. Es hilft nichts. Wir gehen heim. Auf keinen Fall zu. Ein Abenteurer kann jetzt nicht aufstecken. Richtig. Ich weiß nicht, willst du wirklich runter? Hast du nicht gehört, was die drei gesagt haben? Habe ich schon, aber... Die tun so geheimnisvoll. Da muss irgendwas sein. Die haben uns doch praktisch gesagt, dass da ein Geheimnis ist. Ein Abenteurer kann das nicht ignorieren. Ah, Justin. Du weißt doch, ich dachte mir, dass es so weit kommen würde. Richtig, wir oren ihn aufs Maul. Garlyle Force, Mullen Company. Fall in. Face forward. Das klingt nicht gut. Salt Ruin Special Survey Team. Roll Call. Squad Leaders, Front and Center. Sergeant Nana, Leader of the Bloody Rose Squad reporting. Sergeant Saki, Leader of the Lightning Star Squad. All men accounted for. Sergeant Mio, Leader of the Desert Moon Squad. All men present. Colonel Mullen will now address the troops before deployment. All soldiers, listen carefully. Yes, Lieutenant. Come on, Bob. Wir haben auch... Okay. My dear soldiers. Our squad will now commence the final excavation of the Salt Ruins. Operation Yadresel is entering the final stage. Now, we only have to find the last remaining piece. I needn't remind you that the depths of these ruins are dangerous. You may even be risking your life. However, this is our time. You, the honorable Gar-Lisle forces, will bring a great boon to humanity. Go. You, the elite of Gar-Lisle, will open the door to the wisdom of the ancient Angelo civilization. I am counting on every one of you. Yes, sir. Was denn das so für Gesichtsauskund? Bloody Rose Squad, you take the east. Lightning Star Squad has the west. Desert Moon Squad, take the south. You have your assignments. We're counting on you. Good luck. The time is 15.06 hours. All squads have begun operations. Hmm. Lean. You've also become quite an able aide to come. Huh? Oh, uh, thank you, Herr Mullen. Well, let's get to work ourselves. Let's go, Lean. Yes, sir. Interessant. Justin, hast du das gehört? Klar. Demnach ist hier wirklich etwas. Los, Sue. Du bist dran. Aber erst im nächsten Part. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bin ich doch voll. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.